Willkommen zum Let's Play from GO Simulator. Ich bin Can und ich bin Emanuel. Also wir fangen jetzt an mit dem Spiel. Also das Spiel Handel vor der Ziegel und das ist so eine kleine Welt. Ihr könnt euch steigern indem ihr stärker wird und in Ziegenkämpfen mitmacht. Oder zum Beispiel Sachen kaputt macht wie eine Tankstelle oder Autos. Und wir machen jetzt einfach mal bei den Ziegenkampfen mit. Wir sind hier in der Play 14 in Hamburg. Bei dem Event kann man Computerspiele testen und in solchen Workshops arbeiten. Jetzt sind wir beim Teamkampf. Wo man stärker wird wenn man den Gegner gerade kürtet. Und ich habe gerade verloren. Und der Mann ist dran. Er hat den ungenutzt. Also hier muss man vier Runden schaffen. Man ist so in einem Blutkreis und muss den anderen Gegner aus dem Ring stoßen. Also es wird... Tasten sind Standardtasten. W, A, S und D. Also... Und man hat die D-Taste wo man seine Zunge strecken kann und Leute ziehen kann. Und... Und... Die Spielgenre ist eher so... Adventure... Rollenspiel. Die... USK... Also das ist... Kinder... Eins könnten das Kinder spielen. Und Jugendliche auch. Und... Ja, macht sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Ist sehr lustig. Ja, jetzt ziehe ich ihn gerade mit der Zunge aus dem Ring. Macht sehr viel Spaß. Kann man aufhören? Wir nehmen uns den Schluss und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, das Letzte anzusehen. Und... Ja, tschüss. Also. Vielen Dank.